in dieser gegend habe ich in letzter zeit immer mal wieder einen fuchs beim mäuse fangen beobachtet ich nehme an er hat junge von der jahreszeit her könnte es nämlich passen und so versuche ich jetzt seinen bau zu finden ich weiß das wird schwierig aber probieren kann man es allemal dass ich so schnell fündig werde übertrifft alle meine erwartungen ein junger fuchs aufgeregt schraube ich das teleobjektiv vor die kamera hoffentlich erschreckt in das geräusch nicht sogar zwei junge füchse die gerade in einem alter sind in dem neugier über angst und vorsicht zieht die mutter lässt sie sogar allein und geht auf die jagd das hätte ich nicht gedacht in diesem wilden durcheinander einen fuchsbau zu finden übrigens ein fuchs fängt im tag so circa 15 bis 20 mäuse und wenn junge zu versorgen sind dürften es noch ein paar mehr sein schließlich trollen sich die beiden entweder existiert noch ein zweiter bau oder die mutter hat schon beute gemacht